Das ist Forky. Alle mal herhören. Darf ich vorstellen? Forky! Nein! Wir müssen alle gemeinsam dafür sorgen, dass ihm nichts passiert. Gleich passiert ihm was. Warum will er unbedingt in den Müll? Weil er aus Müll gemacht wurde. Nein, nein, nein. Du bist jetzt ein Spielzeug, Forky. A Toy Story. Alles hört auf kein Kommando. Trägst du mich? Nein.